Hey Leute, willkommen zurück auf Playstation-Info. Borderlands-Film steht fest, aber wann kommt das nächste Spiel? Wir haben endlich das Release-Datum für den Borderlands-Film erfahren, aber wann kommt das nächste Borderlands-Game? Es kursierten Gerüchte, dass wir beim diesjährigen Summer Games Fest etwas von Borderlands 4, oder wie auch immer es heißen wird, sehen würden. Das ist offensichtlich nicht passiert. Jetzt richten sich unsere Hoffnungen auf die Gamescom oder vielleicht sogar auf die Game Awards im Dezember. Aber keine Sorge, wenn man den Worten von Gearbox-CEO Randy Pitchford Glauben schenkt, müssen wir nicht mehr lange auf weitere Infos warten. Pitchford hat in einem Interview mit GamesRadar durchblicken lassen, dass die Fans sehr, sehr zufrieden mit dem sein werden, was kommt. Ich konnte nicht perfekt verbergen, dass wir an vielen Dingen arbeiten und dass es große Dinge sind, sagte Pitchford. Ich bin überzeugt, dass unsere Fans mit dem nächsten Videospielprojekt sehr, sehr zufrieden sein werden, wenn wir es bekannt geben. Und ich sage euch, wir werden die Leute nicht lange warten lassen. Er schwärmt weiter von seinem Team und der Begeisterung für das, was kommt. Ich habe das größte und beste Team, das ich je hatte und wir arbeiten an etwas, von dem wir wissen, dass es genau das ist, was unsere Fans wollen. Also bin ich sehr, sehr aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, darüber zu sprechen. Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach ins Schwärmen geraten, denn wir haben so viel zu sagen. Wenn Pitchford ernst meint, dass wir nicht lange warten müssen, dann könnten wir vielleicht schon auf der diesjährigen Gamescom endlich einen ersten Blick auf das neue Borderlands werfen. Bis zum nächsten Mal.